Die heutige Episode trägt die Nummer, die ich auch sehr sehr häufig auf meinem Rücken getragen habe, als ich noch Fußball gespielt habe. Und deshalb öffnen wir jetzt Türchen Nummer 11 des PAM Adventskalenders. Your network is your net worth. Mit diesem Buchtitel hat Porter Gale einen Satz geschaffen, der aus vielen Köpfen wahrscheinlich gar nicht mehr weggeht. Und das zu Recht. Ein Netzwerk hat einen enormen Einfluss auf deine Verhandlungsergebnisse. Der positive Einfluss, dein Standing, dein Personal Branding, die Informationsgewinnung, all das basiert auf deinem Netzwerk. Denken wir jetzt gerade in der Weihnachtszeit mal daran, wie der liebe Weihnachtsmann denn an die Geschenke kommt. Er hat ganz viele kleine Helferchen auf der Erde, die sich meistens Mama oder Papa oder Oma, Tante oder Geschwister nennen, die die Wunschzettel von den Kindern aufnehmen und am Heiligabend oder an dem Tag, an dem es die Geschenke gibt, meistens Mama und Papa beliefern. Und die sind dann die Helfer, die dem Weihnachtsmann oder dem Christkind dabei helfen, die Geschenke im Wohnzimmer oder wo auch immer die Bescherung stattfindet, dann aufzusetzen. Und so wie der Weihnachtsmann oder das Christkind diese Helfer braucht, um die Bescherung zu etwas ganz Besonderem zu machen, so benötigst du auch dein Netzwerk, um deine Verhandlungsergebnisse zu etwas ganz Besonderem zu machen. Denn das ist doch schließlich das, was wir erreichen wollen. Besondere, richtig gute Ergebnisse in unseren Verhandlungen.